Ein kurzer Blick auf die Tischtennisgüter Europas und Wildbultsteins und die ersten Besatzbereitung durchaus etwas überraschend für den Ungarn-Schoma-Fekete. Letzter Schlag. Relativ überzeugend, 1-4 gewinnt Fekete gegen Herr Deschauer. Bei dessen 1. Einzel im Trikot das Team Vorwart von Königshofen. Kollege Dreher versucht jetzt Tipps zu geben, wie man dieses Spiel aus Sicht des Japaners drehen könnte. Danke, denke ich mir mal.